jo leute was geht willkommen zurück zu darksworld 2 waren hier letztes mal stehen geblieben bei dem typen oder der frau hier genau das hatte ich hier schon alles gequatscht oder das hatte ich ja schon alles da war ne was ne das war das hier unten dann kann ich jetzt weiter gehen moin touren ist das mal hier rein ich sehe wieder nix ok da geht es hier lang geht es nur hier lang ich weiß nicht ob ihr mehr seht als ich aber ich sehe echt wenig und ich habe schon voll ehrlichkeit und obwohl ich den obwohl ich den chlorantil ring drin habe regiert sich meine ausdauer so langsam moin cooper um 1 uhr ich kann ja nicht direkt beim mario kart starten weißt du und dann ewig warten bis alle da sind deswegen mache ich als erstes eine folge dark souls und sobald wir dann ein paar leute sind geht es rein in mario kart oha was das denn für ein vieh langenschwert ist hier unten noch was ich werde halt auch übel geblendet von dem licht da oben für mich ist echt schwierig was zu sehen da unten sind noch dinger und so gut getroffen gut getroffen ah öl und dann feuer aha aha dachte ich es mir doch oh junge gut 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 für euch sind bestimmt ein paar tage vergangen seit der letzten folge aber für mich war es gestern und das heißt gestern 130 liegestütze das war dann halt schon ein bisschen viel muss ich sagen spüre ich auf jeden fall heute ist die ganzen gegner hier noch mal das ist ekelisch ich hole mir auf jeden fall den kollegen hier noch mal falls er noch mal hier ist er ist nicht noch mal hier schade der hat mir gut geholfen habe ich auch geheilt zwischendurch und so ich habe das safe ganz knapp an der abkürzung wetten darum ist noch ein item das hätte ich gern ich muss sagen der schwarzaugen ring der hilft gut man halt sich immer so ein bisschen gegen ach das lohnt sich schon bei so vielen kleinen scheiß gegnern das lohnt sich okay der kollege ist weg oh man den hit hätte ich mir echt sparen können ich habe dreimal gegen die wand geschlagen oh man das hasse ich so bei dark souls die hitler schlagen halt nie gegen die wand immer noch mal ach ne jetzt muss ich wieder gegen die ne was mache ich ey man kriegt so krass fallschaden hier das ist doch scheiße man fällt ein meter man man ist tot das ist so scheiße hier ist doch im kotzen das ist echt eine scheiß stelle hier sag ich so wie es ist weg da ist eine kack stelle hier da ist eine kack stelle hier was war das denn er schlägt dreimal gegen das fucking holz ach das ist doch zu kotzen oh man ey drei hundis liebe ich das gibt es nicht wo sind die scheiß feuerbomben ich hatte feuerbomben das weiß ich hä ich hatte feuerbomben könnt ihr euch schwören ich hatte feuerbomben das wird ja jetzt witzig und noch ein typ von oben da kommt erst das öl und dann irgendein typ der mit feuerpfeilen auf einen ballert was assi die sind am pennen oder was moin max von besta wolltest du auch wissen was ist hier los mario kart um eins und danach fallgeist oh banditengedöns ok na klar ah cool die scherbe große scherbe wäre besser gewesen so du mit deinem fucking öl weg geht nicht auf von hier ich kotze holger holger bist du dabei sehr schön ich hoffe warst du gestern? ne gestern warst du nicht weil wir haben gestern zwölf siege hintereinander geholt zwölf fucking siege hintereinander na klar ah der hat alles das ganze feuer hier angemacht gefällt mir da jetzt seh ich endlich mal was guck mal da ist noch ein item wo sind eigentlich meine seelen habe ich nur drei matches ok die hatten aber auch gewonnen ne wir hatten gestern alles gewonnen gestern alle guten tag ja ja gestern war echt krass lee scherbe ja jetzt die 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 hier die die Ah, die haben Angst vor Feuer. Gefällt mir. Habt Angst. Ja, besser ist es. Komm doch, komm doch. Lockst mich hier rein, ne? Weg mit dir. Alter. Guck mal, hier ist Licht. Kommt her. Wie lange machst du heute, Mario Kart? So lange wie es dauert. Denk mal, wir machen 24 Strecken. Okay, Licht juckt ihn doch nicht mehr. Moin, Leo mein Bester. Leo, ich hab gesehen, du hast dich für Fall Guys angemeldet. Du weißt, ne? Du musst Sub, VIP oder Mod sein, damit du mitmachen darfst. Supp découv guckt er. Tierдин, Tierd 3D 3d 4d 5d 5d 13. Lышren. St Schw Electertain me healthy, mein Bester favorit ist hier. Bis zum nächsten Mal. Wann bekommen wir Mods bei dir? Aktuell brauchen wir keine Mods. Das zieht nichts ab, aha. Für Mod musst du halt immer da sein, immer da sein, dem Streamer helfen, der Sack, das kriegst du nicht einfach so, wer hat da geschossen und von wo, ach du Kacke. Das zieht nichts ab, ach du, ach du, ach du. Hier, einfach einer wieder hängt. Putzlerk, viel Spaß beim Putzen. Der Jute, alte Putzlerk, man kennt ihn. Der Jute. Vielen Dank. Ich hoffe, ihr kommt jetzt bald mal ein Rastpunkt. Wo kommt die eigentlich auf einmal her? Acht Stunden geputzt, also... Alter, wie dreckig war es bei dir. Ey, ich glaube, ich nehme mal vor dir selber ein anderes Schwert, oder? Nicht, dass mir mein Schwert hier kaputt geht, oder? Duftzweig. Ich will eher die Pistronen, also ja. Ach du Scheiße. Vergiftet. Habe ich was gegen Gift? Habe ich was gegen Gift? Bitte, sag mir, ich habe was gegen Gift. Ich habe nichts gegen Gift. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Ich bin so weit am Arsch der Welt. Ich habe 15k. Oh, Gift ist schon wieder weg. Okay, perfekt. Ey, wo... Also, ihr musst doch mal... Da ist die Abkürzung. Ja, hier runter. Hier runter, da ist die Abkürzung. Hier mache ich auf, dann geht es erstmal zu... Nein! Und hier... Aber oben war auch noch ein Schalter. Da habe ich nicht betätigt. Soll ich den noch betätigen? Wahrscheinlich besser, ne? Den sollte ich, glaube ich, mal eben betätigen, den Schalter. Was will ich sagen? Hör mal! Neben der Kiste die Wand. Neben der Kiste die Wand. Danke! Dankeschön! Ring des königlichen Soldaten. Schwindende Seele. Lammloser Soldat. Nice! Was kann der Ring? Ring des königlichen Soldaten. Erhöht maximale Belastung. Oh, das ist gut. Zwar nur 6%, aber... Haben es besser als brauchen, sage ich immer. Gänze ist immer noch zu gut. 2400 Spiele schon. Oben war so ein Schalter. Soll ich den betätigen? Ja, oder? Soll ich betätige den mal. Besser. Nein, 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 nein. Ich bin ein Freund. Ich bin ein Freund. Erhöht die Balance. Ich bin ein Freund. Erhöht die Balance. Wie kriege ich die Scheiße hier auf? Zieh. Ah. Wie komme ich jetzt nochmal nach oben? Da oben war ein Schalter. Da komme ich von da aus hin, ne? Gucken wir mal, ob ich den Sprung schaffe. Oder ob ich jetzt sterbe. Oh, geschafft. Giftheilung sollst du kommen, so viel du kannst. Okay, was ist das hier? Okay. Okay. Ich bin ein Freund. Ich bin ein Freund. Okay, ich denke mal da drauf vielleicht einen Braust oder so. Jetzt erstmal wieder runter und die Brücke runter machen. Dann habe ich nämlich direkt die Abkürzung. Da ist die Brücke. Boah, ich habe so Angst irgendwo runter zu springen, ne? Weil alles killt hier ein. Man springt nur einen Meter runter, das man dauert. Ich springe nirgends wo runter. Das könnte ich mich vielleicht hier wagen. Das sieht auch schon wieder zu hoch aus. Ich nehme lieber die Treppe. Treppe. Das sieht auch schon wieder so hoch aus, ne? Ich habe so Angst. Ich sage es euch, ich gehe lieber außen rum. Ist mir egal. So oft schon gestorben wegen Fallschaden. Hi, Lisa. So, und die Brücke ist da. Und hier? Nein, sag mir bitte, ich komme wieder hoch. Aber hier komme ich nicht mehr hoch. Ach, ich kotze. Ich kotze doch im Strahl, ich sage es euch. Ich fahre mir das Elden Ring. Schön mit springen. Och Mann, hier ist alles scheiße. Ich verstehe nicht, wo ich ran muss. Ich soll mir nochmal Giftteilung kaufen, ne? Verringer Gift an seinem Halt Gift. Bitte. Ja. 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 Es ist Licht, geht weg Was? Gegenstand nehmen Es ist Licht Ja, geh weg Genau, geh nach Hause Boah, wäre ich jetzt hier runtergebracht Das wäre auch schon wieder so typisch gewesen Macht die Kacke hier auf Umstoßen In einer Stunde die Pizza hinaufwerfen Heute ist soweit, Nuru Spring ist für Anfänger Nee Erstmal nach Hause meine Waffe reparieren Die ist nämlich fast dort Sprechen, dann bekommst du was Heute ist es soweit Musst du mit dem Händler sprechen, dann bekommst du was Ich hab schon mit dem gesprochen Es brauchen keine Gegenstände, die repariert werden Hä? Guck mal, der ist jetzt hier Nur die Ist das was Neues? Nö Ist der andere Händler auch hier hingekommen? Wenn du die Option sprechen willst Ist eine Option wie kaufen Waffe repariert sich, wenn du ans Feuer sitzt Ah Gut zu wissen Lohnt sich das Nobu Muss ich echt nochmal zu dem hinlatschen Das war voll der weite Weg Denk ich nicht weiß Muss ich echt nochmal zu dem Das ist was Feines Alle Gegner wieder rumhauen Was ist denn an der Ach du, scheiße. Kommt ihr alle aus, ihr Leute. Ich muss alle noch mal killen. Das ist doch nervig, Mann. Das ist doch nervig, Mann. Kein Bock, gegen alle noch mal zu kämpfen. Na klar, trifft er. Ich habe überlebt, hat er. Ich habe überlebt. Ich habe überlebt, Mann. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Komm ran! Dehnwache, komm ran! Was bist du denn für ein hässliches Vieh? Weg, weg, weg! Was, was, was? Nein, geh weg! Geh weg, lass mich los! Nein, nicht wieder das! Geh weg, geh weg, geh weg! Geh weg, weg! Bam! Dehnwache, Seele! Ganz nasse Füße hier! Okay, mein Schiff! Mein Schiff, geklaut! Hab einfach ein Schiff geklaut! Hallo Manni! Hallo! Die Black Pearl gehört jetzt mir! Und jetzt wird's hier Fluch der Karibik mäßig, Leute! Ab in die Karibik damit! Aber da war... Ey, nein! Hab ich's jetzt verkackt! Da drin war noch ein fucking, äh, ne Truhe! Nobu? Ich hab die Truhe nicht geöffnet! Was ist das denn für eine scheiße Point of No-Return? Das gab's früher nicht! Andauernd ist irgendwas verkackt! Musst du noch mal hinlaufen? Nein! Nein! Wie hinlaufen? Hier, ich komm ja nicht drauf aufs Boot! Von der anderen... Von der einen... Von der Werft da... Wir sind hier eigentlich schon wieder Gegner! Ich brauch ein Leuchtfeuer! Ne, von dem anderen Gebiet! Okay, ich hoffe das geht, äh... Das gab's früher nicht so oft mit... Das... Ne... Das ist ja übel nervig! Ich dachte, ich... Na, egal! Schon ist der Truhe eh nur wieder Müll! Kann ich jetzt bitte ein Leuchtfeuer haben? Verlorene Festungen? Volle Demon-Souls-Vibes habe ich hier! Oh, hier ist offen! Ja, damit... Alltägliche Frucht? Also, normal müsste hier gleich einer rausgesprungen kommen! Ah, hier! So! Jetzt mal schnell die Scheiß-Truhe! Jetzt mal schnell die Scheiß-Truhe! Ich hoffe, ich muss das Schiff nicht nochmal rufen mit den Glocken, dann bin ich richtig sauer! Wenn ich nochmal oben die Glocke läuten muss, bin ich richtig sauer! Na, das Schiff steht da! Okay! Nicht ganz sauer! Aber ich renne auf jeden Fall durch! Gar keinen Bock auf die Gegner! Ach, guck mal! Der Kollege ist wieder hier! Tob dich mal aus! Der alte Gelehrte! Vielleicht muss ich ja nochmal gegen den Boss kämpfen! Dann kann man ja voll gut Seelen farmen! Der war nämlich easy! Der war easy peasy! Ey, sag mir nicht, man kann nochmal gegen ihn kämpfen! Nee, kann man nicht, ich dachte schon! Wegen Klassenfahrt? Klassenfest? Pyromantieflamme? Feuerball? Ah, okay, ich geh stall! Okay, fühl ich geil! Will ich haben! Will ich benutzen! Das fühl ich! Geil! Gut, Nobu! Gut gespielt! Gut gespielt! Und ich würd sagen, dann machen wir in der nächsten Folge das Verlies! Abonniert den gerne den Kanal! Lasst ein Like auf dem Video da! Kommentiert! Lasst einen Kommentar da! Und bis zum nächsten Mal! Haut rein! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!